Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal und wir spielen The Emulator. Es soll ein Horrorspiel sein, es geht um die Nacht vor Halloween und ich würde sagen, let's go ab ins Spiel. Es ist die Nacht vor Halloween und meine Freundin Sarah hat mich eingeladen für ein Abendessen mit ihren Eltern. Aber mehr konnte ich nicht lesen, da der Text plötzlich so schnell weg war. Der Strom muss weg sein, okay. Finde Sarah's Room. Okay, Grüße und Dankeschön, dass du dir was bei Happy Palace gekauft hast. Wir sind bemüht irgendwie, dass unsere Kunden das Beste aus dem Deep Web wohlbekommen. Okay. Also, es ist okay, ihr seht, es ist ein Indie-Game, ne? Das ist alles so, wie es ist. Aber Steuerung ist technisch, oder dieser Cursor, dieser Punkt, ist ein bisschen komisch. Weird Painting. Hallo? Alter, wer baut denn sich ein Bett genau hier hin? Boah, oh nein. Wie cool ist das denn? Ich würde jetzt gerne spielen. Äh, ich weiß nicht, was ich gerade aufgenommen habe, aber okay. A black hole will destroy us all. So ein schwarzes Loch wird uns alle zerstören. Ja gut. Das ist wahrscheinlich ein Necronomicon? Habe ich das richtig gesehen? Ja, ja, irgendwas mit Ritual, stand da gerade. So, was haben wir hier? Folienklamotten? Alles klar. Okay. Ich weiß, wir sollen eigentlich den anderen Raum finden, aber... Verschlossen, alles verschlossen. Was ist denn hier passiert? Eine Uhr, die wird bestimmt noch wichtig sein, so wie ich das kenne. Was haben wir hier? Oh. Ich kann sogar ranzoomen. Wie cool ist das denn? Notebook. Irgendwelche anderen Sachen. Noch ist das Spiel akzeptabel. Aber... Wir wissen alle, wie das... Wieso ist die... Verzeihung. Wieso ist die Uhr geschlossen? Search the room. Okay. Wir searchen the room. Kann ich mich irgendwie hinhauen? Ah, tatsächlich. Okay. Hier ist nichts drin. Und alles, was hier drin ist, können wir nicht benutzen. Okay. Ich muss jetzt nicht jede einzelne Schulter durchgehen, oder? Okay, alles klar. Wir müssen jede Schublade durchgehen. Gut. Ich searche den Raum. Ihr seht das, ne? Hier aber ist das nichts da. Mhm. Ähm, ich kann's nicht lesen. Sarah? Ich hab online irgendwas gecheckt. Ich kann's nicht lesen. Äh... Irgendwas mit der Religion. Verrückter oder verwirrter Religion. Ich gucke nur so ganz kurz. Okay, das macht keinen Sinn. Was hab' ich? Computer? Computerraum. Der Traum eines jeden Schülers. Der Computerraum. Ich hab' keine Ahnung. Okay, das ist nicht der Computerraum. Da waren wir schon. Da ist auch nicht der Computerraum. Das ist auch nicht der Computerraum. Da auch nicht. Dann wird der wohl unten sein. Wir gehen mal nach unten. Ops. Ah, okay. Alles klar. Die Wäschekammer. Oh. Ähm... Oh mein Gott. Das ist... Sarahs kleiner Bruder. Der... Der ist tot. Ich nehm' einfach mal den Screwdriver mit. Äh, Kumpel. Das ist nicht gesund, ne? Das soll so nicht sein. Ah, cool. Ein Easter Egg vom eigenen Spiel. Get to the Front Door. Ich gete to the Front Door. Ist das hier die Front Door? Ja. Ähm. Sarah, was zur Hölle? Warum siehst du aus wie... Keine Ahnung. Aber du siehst aus wie so ein Super Mario. Ähm. Äh. Ähm. 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 Okay. Kannst du mich kurz noch holen lassen? Alter. Check the... Ähm. 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 Check the Front Gate. Ja. Checkpoint. Der Gate ist... Ich komm hier nicht raus. Okay. Alles klar. Hab ich verstanden. Turn on the power. Oh Gottchen. Wenn ich jetzt einfach die Tür zumache. Bin ich gefangen, aber... Turn the power on. Hier? Ne. Wo denn? Ich hab keine Ahnung. Das ist ein Badezimmer. Hab ich denn sowas wie ein Inventar? Inventar? Äh. Inventar. Ja gut, aber... Das hilft mich. Weiter. Aha. Okay. Ich muss die Power finden. Oh Gott. Lass mich doch in Ruhe. Äh. Was haben wir denn hier? Irgendeinen Tisch. Der Stuhl war da gerade nicht. Ich weiß es ganz genau. Jo. Kann der wenigstens warten, bis ich hier die Power on geturnt hab? Klasse. Garage. Auto. Aber wo zur Hölle soll ich denn? Warum kann ich... Warum kann ich... Controls. Ah. F ist Flashlight. Hier ist Interact. Aha. Aber wir haben kein Flashlight, ne? Ne, wir haben kein Flashlight. Ist verschlossen. Wo soll ich denn die Power on hören? Da hab ich ja überhaupt keine Idee. Ist vielleicht hier draußen irgendwas? Ähm. Warum ist es plötzlich hier so dunkel? Ah. Wir haben doch nur Flashlight. Ah, okay. Das geht hier überhaupt nicht. Warum auch immer. Schade. So. Macht das Spiel ja eigentlich keinen Sinn, weil... Lass mich in Ruhe. Turn the Power on? Aber wo? Wo soll ich die Power on turnen? Ich kann euch nicht mehr sagen, ob das ein Bug ist. Das funktioniert komischerweise. Warte mal. Was ist denn das hier? Ähm. Box of Candles? Ah, da sind wir hergekommen. Das ist ein Badezimmer. Ich würde erst mal gerne gucken, was hier ist. Da komme ich nicht hoch. Ach Junge. Okay, alles klar. Wir sind tot. Wir starten in der nächsten Folge nochmal vom Checkpoint. Und sehen mal, was das Spiel noch für uns hier übrig hat. Bis dahin. Ciao. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.